Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Erstmal vielen Dank fürs Einschalten und heute gibt es ein kurzes Zwischenupdate speziell zum Silberpreis, denn wir haben die Unterstützung der 200er EMA Linie auf Tagesbasis unterschritten im heutigen Handelsverlauf und diese Unterstützung hatte ich ja schon in meinem gestrigen Video am Sonntag erwähnt, dass diese gehalten werden muss. Falls nicht, könnten weitere Abverkäufe drohen und am heutigen ersten Handelstag dieser Woche war es dann tatsächlich soweit. Der Silberpreis fiel an der Spitze schon auf minus 2,03 Prozent, um es genau zu nehmen und steht momentan kurz überhalb der roten 50er EMA. Und wenn wir Glück haben, finden sich hier vermehrt Käufer, die eben den Silberpreis dort kaufen. Falls nicht, habe ich hier mal professorisch eine grüne Trendlinie eingezeichnet. Die liegt zwar nur an zwei Auflagepunkten auf, bitte verzeiht mir das, aber ich möchte nur mal bildlich darstellen, um was es hier dann geht. Und zwar, falls wir tatsächlich die rote 50er EMA nach unten verlassen, würden wir eben diese Trendlinie wahrscheinlich auch nach unten durchlaufen. Es könnte aber auch durchaus sein, dass wir uns hier dann durch einen Abpraller weiter nach oben bewegen und hier eben diese Linie entlang tanzen. Das wäre eben so ein Szenario, was man auch öfters sieht. Falls nicht, wäre der Aufwärtstrend der kurzfristige erst in meinen Augen gebrochen, wenn wir eben dieses Tief vom 3.11. unterschreiten. Und dieses Tief liegt zudem noch beim 61,8er Fibo bei 23 US-Dollar. Und dort habe ich ja auch eben diese Trendlinie angelegt. Und da ist es eben signifikant wichtig, dieses Niveau nicht zu unterschreiten, denn dann wäre in meinen Augen es eben so, dass wir tatsächlich nochmal zum Beginn dieses Aufwärtstrends zu 21,3 US-Dollar nach unten laufen könnten. Denn der MACD hat heute hier seinen Bearish Crossover vollzogen und deutet somit einen Abwärtstrend an, auf Tagesbasis wohlgemerkt. Und der RSI ist momentan auf Höhe seines letzten Tiefs, eben auch vom 3.11. Und falls dieses eben unterschritten wird, kann man ja hier recht schön aus der Vergangenheit her sehen, ist es nicht unüblich, dass beim Unterschreiten oder beim Abprallen an dieser Linie von unten hier der überverkaufte Bereich nochmals angelaufen wird. Und eben beide Faktoren, sage ich mal, zusammengezählt auf den Chart mit übertragen, würden wir hier tatsächlich nochmal die 23 US-Dollar bzw. dieses Tief vom 3.11. nochmals testen. Und dann stellt sich eben raus, ob sich hier Käufer finden, denn hier an dieser Kopfbildung von dieser SKS war es auch so, dass der Silberpreis hier öfter angeschlagen ist, bis er eben tatsächlich nach oben rausgebrochen ist. Und dann ging es eben recht schnell nach oben. Es wurde die rote 50er EMA gleich mit nach oben rausgenommen, bis eben dann die 200 EMA als Widerstand gehalten hat. Und dementsprechend ist es für mich sehr wichtig, was passiert hier an der 23 US-Dollar-Marke. Auf Wochensicht haben wir auch die rote 50er EMA unterschritten. Das kann man hier schön sehen, an dieser Wochenkerze. Und um es der Vollständigkeit halber eben zu erwähnen, stehen wir im MACD mit dieser grünen Linie seit heute etwas mehr in die Horizontale geneigt. Und es deutet sich hier zwar ein Seitwärtstrend so leicht an, aber das muss man auch noch verfolgen. Im RSI auf Wochensicht übergeordnet laufen wir schon eher Richtung überverkauften Bereich. Und da müssen wir eben die nächsten Tage mal abwarten, inwieweit sich der Silberpreis hier oder welche Richtung er weiter laufen möchte. Und dann gehen wir kurz auf den Goldpreis. Und der Goldpreis war zu Beginn der Aufnahme bei 1.804 US-Dollar und steht jetzt schon bei 1.802. Das ist der Wochenchart. Ich möchte euch aber kurz den Tageschart zeigen. Und zwar kann man hier diese lange rote Kerze sehen, die schon die rote 50er EMA nach unten rausgenommen hat. Und die letzte Unterstützung wäre eben die gelbe 200er EMA. Diese beiden exponentiell gleitenden Durchschnitte liegen nah beieinander. Und wenn diese eben jetzt nicht hält und sich da keine Käufer finden, könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass wir im Goldpreis nochmals die 17,64 anlaufen. Und je nachdem, ob dort sich Käufer aufhalten oder nicht, könnte es durchaus noch mal zu den letzten Tiefs runtergehen bei 17,20. Beziehungsweise zu diesem Spike nochmal auf das 61,8 Fibo. Denn im MACD auf Tagessicht haben wir heute auch ein Bearish Crossover bekommen. Trend nach unten signalisiert. Und im RSI hier oben sieht es auch so aus, dass diese gelbe Linie hier dabei ist, die grüne zu unterschreiten. Und dann würde es sicherlich weiter Richtung überverkauften Bereich gehen. Und dementsprechend auf Tagessicht ist es abzuwarten. Wir haben bis jetzt ja schon über 2,3% abgegeben. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, welches Preisniveau die Käufer sich zunutze machen. Oder lassen Sie den Goldpreis weiter nach unten fallen. Denn auf Wochensicht ist es so, wir befinden uns ja übergeordnet in einer gewissen Range zwischen dem 61,8 Fibo bei 16,84 und diesen letzten Hochs bei 19,09. Es sieht noch nicht signifikant bärisch aus, aber ich wünsche mir nicht, dass wir eben diese Range hier nach unten verlassen. Ganz klar. Aber es ist auf jeden Fall hier Vorsicht geboten für den einen oder anderen. Und das wollte ich euch hier noch kurz auf den Weg für den heutigen Handelstag mitgeben. Das soll es gewesen sein. Bleibt gesund. Macht euch noch einen schönen Montagabend. Und es würde mich wie immer freuen, euch im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bis dahin, euer Michi. Ciao. 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 Ciao.